Heute kann ich euch definitiv sagen, wohin die Klassenfahrt dieses Jahr geht. Es ist Paris. Die Stadt der Liebe. Cool, stoppen ohne Ende. Und vergesst nicht, das Geld bis spätestens nächste Woche zu überweisen. Das wären dann 450 Euro für jeden. Vanessa, was ist denn mit dir los? Ich kann nicht mit, wir haben das Geld nicht dazu. Dass jemand sich etwas nicht mehr leisten kann, ist zu einem ganz normalen Problem geworden. Es geht aber gar nicht, dass Menschen deshalb einfach ausgeschlossen werden. Ich finde das irgendwie voll bescheuert, dass der Vanessa nicht mit kann. Kann sie doch, ich weiß auch schon wie. Klar, viele sagen sich, was geht's mich an? Aber so einfach ist das nicht. Hilfsbereitschaft und Mitgefühl gehören fest zur sozialen Intelligenz dazu. Mit ein bisschen Fantasie und guten Willen bekommt man beides. Ein Gefühl von Zufriedenheit und Spaß bei den ganzen Aktionen. Sieht aus, als könnte mein Auto hier sauber gemacht werden. Was verlangt ihr denn? 10 Euro. Arbeitspass können Sie auf mehr gehen. Das wäre eine gute Sache. Super Aktion! Natürlich muss die andere Seite auch etwas dazu tun, sonst fühlt man sich schlecht und wie ein Almusenempfänger. Vor allem aber muss man sich öffnen und zeigen, dass man Unterstützung braucht. 7 Euro. 8 Euro. 3 Euro. Wir sind die Klasse 80 der Realschulefeierung und wollen zeigen, dass Solidarität und Integration jeder Gemeinschaft bereichert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017